und zurück zu einer neuen folge final fantasy 15 ich glaube wir sind schon ziemlich am ende ich weiß es nicht aber wir haben jetzt auf jeden fall die kraft des lichts erhalten haben jetzt eine andere gestalt irgendwie sind wir älter geworden oder wir haben echt eine komplett andere gestalt irgendwie sieht er ein bisschen anders aus sieht einfach nur fertig aus und wir müssen adin vom thron stoßen der gottes untergrund sozusagen so und jetzt schauen wir mal was uns um breche sagt wenn euch die folge ein bisschen gefällt natürlich über den daumen nach oben like oder abo vor allem aber jetzt schauen wir uns das hier an sie warten in hammerhead auf mich hammerhead okay das schicksal des auserwählten und wir sind stufend 50 ist doch schon mal was wir sprechen die noch mal ab hier alles klar kapitel 14 heimkehr nachdem noctis seine dunkle sein dunkles verlies verlassen hat und ein wenig umher gewandert ist findet er das boot seines vaters am ufer der mikascheinsel verteut dank sitz gründlicher repartur vor der überfahrt nach altissia noch immer seetauglich mit dem boot bricht er auf zum galdenkai zurück in seine heimat okay es hieß ja dass jetzt alles in der dunkelheit ist ich bin gespannt wie es jetzt hier aussieht ob wir alles niedergebrannt ist niedergerissen ist die ganze welt so leute ich muss meine dampfer auffüllen weil ich sonst nicht mehr rauchen kann so wir starten gleich er sieht auf jeden fall viel viel erwachsener aus jetzt viel viel reifer vorher da ausgerechnet kleiner milchbubi die ewige nacht deine freunde suchen alles klar haben wir denn eine kreis jetzt sind wir an dem keil praktisch wo wir ganz zum anfang so eine überfahrt machen wollten wo es aber nicht ging okay wir haben kein menü wir können gar nichts machen haben wir eine karte ja wir haben eine karte ein hammerhead hammerhead ist hier oben okay da haben wir einen ganz schön langen weg vor uns und wir haben auch kein auto oder sonstiges okay jetzt sind sie sogar in den städten alles klar wir probieren es jetzt einfach mal hier durchzukommen es gibt ja viele erfahrungspunkte zehn stück gleich wir können nichts machen ja ausrüstung noctis das ring der lucis hat dir vielleicht noch was anderes weil in dem ring müsste ja die macht sein schwert des vaters das sind die königswaffen dann werde ich mal eine andere nehmen weil die hier zum beispiel klingel des oberts die hat einiges mehr bombs hier hätten wir mehr energie aber die hat natürlich viel viel mehr schaden fast das doppelte kommen wir denn die hier und so und jetzt will ich noch mal schauen ring der lucis okay was anders haben wir nicht wir nehmen auf jeden fall mal ein feuer noch wir hatten 245 das glaube ich ist nicht schlecht ein bisschen hat mehr heilung was haben wir hier noch regiert eine ordentliche menge lp wenn die eigenen lp niedrig sind machen wir auch noch mal okay da können wir nichts machen und ignis Musik Musik Okay Wo sind bloß alle hin? Rack! Musik 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 Mogется Musik 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 Canal 画面 Fahr mehr in über den Haufen. Kann ich mit ihm mitfahren? Einmal Hammerhead, bitte. Wow, Talcid ist doch keine Jünger gewesen, oder? Wie viel Zeit ist denn vergangen? Wir müssen ja 15 Jahre, 20 Jahre. Deswegen sieht er auch schon so gealtert aus. Alles klar. Ich bin so froh, dass ihr zurück seid, euer Majestät. Lasst die Förmlichkeiten. Wir sind doch Freunde. Stimmt. Auch wenn wir uns 10 Jahre nicht gesehen haben. 10 Jahre, okay. 10 Jahre? Die anderen können es sicher auch gar nicht glauben. Wo sind eigentlich alle? Normalerweise in Lestalung. Aber hin und wieder auch in Hammerhead. Ach. Ja. Schließlich ist die Werkstatt immer noch dort. Manchmal geben sie Sydney Geleitschutz oder bringen ihr Ersatzteile. Sowas halt. Verstehe. Ach. Das wird dann wiedersehen werden. Wir sind heute alle in der Nähe von Hammerhead. Darum treffen wir uns dort mit ihnen. An dem Tag, als du verschwunden bist, ist die ewige Nacht über Eos eingebrochen. Dank des Meteors gibt es in Lestalung noch Licht. Alle Menschen drängen sich dort auf engstem Raum. Und andere Orte? Die sind so oft von sichern angegriffen worden, bis irgendwann nichts als Trümmer übrig war. Eigentlich wird selbst Hammerhead mittlerweile kaum noch als Werkstatt genutzt. Es ist eher zum Stützpunkt für Jäger geworden. Im Grunde ein Wunder, dass dort überhaupt noch Betrieb herrscht. Alle anderen haben dichtgemacht. Krass. Weil die großen Viecher hier... Viecher! Ja, keine Sorge. Aber er ist noch mürrischer als früher, weil er in letzter Zeit ziemlich oft krank ist. Ich glaube, er hat den Umzug nach Lestalung nicht verkraftet. Die Leute wollten zwar, dass er die Werkstatt ebenfalls verlegt, aber Sid hat einen riesen Fass aufgemacht. Meinte, dass es keine gewöhnliche Werkstatt sei und es in Lestalung nicht dasselbe wäre. Ja, das klingt ganz nach ihm. Zum Glück kommt Sidney nach ihrem Opa. Sie hat sich bereit erklärt, die Werkstatt weiterzuführen. Und Sid... Tja, dessen einzige Freude ist mittlerweile das gute Essen, das Ignis ihm manchmal vorbeibringt. Dass die Siecher auf einmal überall waren, hat natürlich zahlreiche Opfer gefordert. General Kor und Iris leiten daher die Organisation von koordinierten Jagdoperationen. Gladio, Ignis und Prompto helfen allen, wo sie nur können. Prompto ist meistens mit der Verteidigung von Hammerhead beschäftigt. Leider hat Sidney so viel zu tun, dass sie kaum Zeit für ihn hat. Und Ignis? Der kämpft auch mit. Anfangs wollten ihn die anderen davon abhalten, dann haben sie allerdings eingesehen, dass bei der Dunkelheit eh niemand was sehen kann. Er ist immer nach blind? Ja, leider. Aber er kommt sehr gut alleine klar. Tja. Keine Sorge. Weißt du, Gladio, Prompto und Ignis sind normalerweise überhaupt nicht mehr zusammen zu sehen. Sie kämpfen alle an eigenen Freunden. Aber hin und wieder arbeiten sie auch zusammen. Ach so. Das wird sich jetzt wieder ändern. Der König ist da. Wir sind da. Die anderen können es sicher kaum erwarten. Ach so. Ich bleib übrigens auch noch etwas hier. Sag einfach Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Okay? Okay? Okay. 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 Hammerhead. Okay, wir sind angekommen. Zehn Jahre später. Na? Was heißt hier Na? Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Noct, bist du das wirklich? Oh Mann! Will ich? Wer denn sonst? Nett, dass du auch mal aufkreuzt. Ging nicht schneller. Es gibt viel zu bereden. Gehen wir rein. Nach zehn Jahren haben sie immer noch alle die gleichen Klamotten an. Wenn du Hammerhead verlässt, beginnt die entscheidende Schlacht. Bereite dich gut darauf vor. Okay. Dann muss ich wohl ein bisschen einkaufen hier. Die richtige Waffenlager. Das ist gar kein Restaurant mehr. Kann ich denn hier was kaufen? Gibt es hier einen Waffenhändler? Gibt es hier einen Waffenhändler? Gibt es hier einen Waffenhändler? Was macht sie hier? Okay, hier scheint es nichts zu geben. Gibt es hier? Ah, hier ist ein Händler. Okay, reden wir doch mal mit ihm. Schwerter. Perion. Quicksilver. Pfeifen. 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 Da habe ich schon 3 im Inventar. Nehmen wir einmal mit, bitte. Okay, das ist auf jeden Fall stärker. Der hat schon Hyperion. Aber ich nehme es trotzdem einmal für mich noch mit. Einmal die Lanze. So, was hat der da? Die hat er schon. Quecksilber, Promptor, das hat er schon. Was hast du noch? Also der hat nur Waffen. Danke auch. Okay, dann rüsten wir doch mal gleich aus. Ausrüstung. Noctis. Einmal bitte diesen hier. Gladius. Dann geben wir auf jeden Fall mal Feuerzauber noch. Gegner. Die Schimmelanze. Da ist er schon gut ausgerüstet und Promptor Quecksilber Wirbelsäge. ein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020